Willkommen zurück zu Battlefield und zwar versuche ich mich jetzt mal ein bisschen alleine hier dran, also ich habe jetzt diesmal keinen dabei. Gibt ja die neuen Aufträge, Close Quarters ist noch nicht draußen, aber ich werde jetzt mal gucken, dass ich mal so einen der Aufträge mal geschafft kriege. Das ist nur die Frage, ich glaube ich nehme mal die Waffe mit, Munitionskiste, Claymore, da war der noch, Sprengstoff, Claymore ist okay. Und wir steigen da mal ein am Fahrkartenschalter. Der Auftrag ist kein Mangel, 20 Squat-Nachschübe und 20 Kills mit leichten MGs. Mist, ich habe ein schweres mit, okay. Können wir nicht erstmal mit dem Squat-Nachschübe. Aber auch schlau, dass ich nicht beim Squat einsteige, muss ich ja ganz schon mal sagen. Na ja, sind auf der Map gerade ein paar Punkte. Und zu sehen ist noch keiner. Hallo? Was ist denn da los? Oh, da kommt einer. Krass, aber natürlich nur Hilfe bei Kill. Ui. Wo sind denn die aus meinem Squad? Ätzend. Oh, what the fuck. Und, oh man, warum lade ich denn direkt nach? Ich habe nur 200 Schuss hier drin. Egal, da kommt hier halt die Munitionskiste hin. Oh, ne Claymore. Ah, habe ich behindert? Da ist sie doch. Die drei. Oh, da ist einer. Der braucht Munition bestimmt. Komm her. Ha! Nachschub. Toll. Ganz geil. Da ist Gott Nachschub. Ich werfe jetzt den immer Kisten hinterher. Voll behindert. Oh, oh. Ja, immerhin ein erwischt. Hör mal. Ah, wo ist er denn hingeraten? Der muss... Achso, der ist schon tot. Alles Chlor. Doof ist aber, dass die Claymos verschwinden, wenn man tot ist, glaube ich, mittlerweile. Ah, toll. Nur eine mit. Nur eine mit. Ah, schon tot. Verdammt. Gehe ich in eliminiert. Oh, von hinten behacken die mich gerade. Das ist aber schlecht. Wo geht's denn hier weiter? Oh, wer kommt denn da? Hebs auf, Mann! Hier, ich hab Munition. Nein, das ist der falsche. Wo ist denn mein Squadmann? Weiße. Wie oft kann ich denn so Munitionspaket werfen? Nein, kaputt. Ich merke schon, ich konzentriere mich gar nicht mehr auf das eigentliche Spiel. Jetzt sind die Sachen da raus. Hebs sie auf! Ja, sieh, Muni. Hebs deine Munition auf, Mann! Hebs die Munition auf, Mann! Oh! Oh mein Gott, da wartet ein Sniper und eine Granate. Nein! Eine Munition! Ich war jetzt einfach mal da rein. Das scheiße für meine... für meine Treffsicherheit. Oh, da kommt noch ein Kollege. Komm, nimmst du dir. Guck mal, wie die alle versuchen, Munition zu verteilen. Ist ja krass. Ja, 115 Schuss nachladen lohnt sich mal so gar nicht in diesem Moment. Wie immer. Schnapp dir die Munition. Squad Nachschub, der nächste. Oh, ich bin gestorben, verdammt. Und ich lebe wieder. Hebt die Munition auf. Hebt die Munition auf. Blinkt denn... Oh, ja, genau. Erwisch mich mit der Petschenk. Ja. Was für ein Arsch. Ach so, der hat da schön den Zweibein. Nein! Ich wollte bei dem einsteigen. Okay, C-Bahnsteig. Leichtes Maschinengewehr. F-2000 hat der gerade nicht. Dann würde ich mal die PP... MP7. Oh, das ist eine MP. Das ist eine... Ist das ein leichtes Maschin... Ah, was weiß ich. Ich ballere es einfach hier rum. Hör mal. Okay, weiter geht's hier vorne. Hier hinten rein. Und ich hab mich jetzt mal irgendwo dranpirschen. Aber dranpirschen ist scheiße. Oh, du brauchst bestimmt Muni. Nimm das aus dem Paket. Okay, mach da. Granata. Oh, mal Granata. Der Alter. Das ist so geil, ne? Ihr könnt meine Kiste nehmen. Super, Aschi. Nimm nur aus meine Kiste. Und habt ihr gesehen? Man kann die anderen Kisten auch zerstören. Oh, das war der Tod jetzt. Ey, der wartet da hinten immer noch. Sobald man um die Ecke guckt. Nein! What the fuck? Nähere dich an meinem Paket. Nicht an den anderen. Oh, oh. Sauber, das habe ich ja gut hingekriegt. Mal so gar nicht. Problem ist bei mir auch, wenn zwei vor mir so auftauchen jetzt gerade, kann ich mich im ersten Moment nicht so entscheiden, wenn ich da nehme. Okay, Ronne, wo mit Joe Black? Nimm die Muni. Granate. Nur noch 25 HP habe ich. Haha, gekämmt. Oh, da hinten im Zug sind ganz viele. Nein! Oh, und nochmal weggehackt haben sie mich. Wie sieht denn meine Statistik aus? 3 zu 3 jetzt, wenn ich nochmal einsteige. Ja, okay. Man sieht ja, dass ich jetzt gerade nicht so auf die, ähm, auf, äh, so auf die Kills absehe, sondern auf ganz andere Sachen. Aber eigentlich ist ja doof, weil Squad Nachschub kriegt man bestimmt auch so zusammen. Aber ich würde jetzt trotzdem mal einen Auftrag dann abschließen. Der heißt übrigens, kein Mangel. Dux. Hier, nimm! Hier war kein... Achso, die sind hier drunter direkt. Vielleicht auch eine super Idee jetzt. Okay, mit. Wenn man sich duckt, fällt man da trotzdem runter, glaube ich. Kaiser! Bleib bloß hier! Da vorne ist seine Munition, Mann! Ne, ich seh... Nein, ich werd behackt. Oh! Wo war der denn wieder? Schon wieder der Ochse! Ne, gar nicht. War erstes Mal jetzt. Level 51. Aber Vogel 51, dann ist natürlich ziemlich hoch. Ich bin hier noch 43. Ohne Vogel. Ich würde ja gerne Muni geben. Ach hier. Achso, das... Äh, okay, das lass ich. Mehr Muni braucht das Land. Ja, krass. Hier war doch gar noch einer. Und gerade durch sind auch welche auf der anderen Seite des Bahnhofes. Aber wo denn? Hier liegen nur zwei Tote rum. Meine Güte, ey. Körpertreffer kann ich. Nein! Oh, Mann! Klappt ja heute wieder super. Gerade hat das gut angefangen. Jetzt mach ich natürlich super weiter. Ja, steht sogar drunter. Ein Premium-Spieler hat mich getötet. Hey, hat er kaputt gemacht. Ah, sauber. Meine auch. Was sagst du jetzt? Der Ball hat er hier bestimmt in die Ecke rein, aber über mir zuerst. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich dachte, ich kann hier kein... Ja, sauber. So geht das. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt hab ich gerade eins gedrückt. Wollte die Pistole nehmen, aber ich wollte doch zwei nehmen. Ah, verdammt. Ja, war aber nicht schlecht. Guck mal, alle rennen mit der F2000 rum, die Ochsen. Krass. AUG 3 gibt es sogar schon, AUG A3. Ja, war aber eigentlich klar, wenn die Aufträge schon da sind, dass die meisten Suchtbolzen hat abarbeiten. Okay, behalten jetzt deinen kühlen Kopf. Das ist der Endspurt. Wir haben... Haha, der Endspurt. Sie haben nur noch 600 Tickets, das passt schon. Also ich höre hier noch niemals einen. Ist klar. Scheiße, wir haben das Eintrittsziel verlor. Komm schon, und rein zurück. Ich wollte gerade Camper schreiben. Haha. Ein Gumbel Camper. Ah, hier hab ich das eigentlich schon angesprochen. Ich hatte mal überlegt, meine Statistik zurückzusetzen. Obwohl das ja eigentlich auch scheiße ist. Andersrum aber auch nicht. Weil am Anfang war ich ja richtig schlecht. Jetzt bin ich nur noch schlecht. Aber ich war doch gerade einer. Squat spawnen, sauber. Haha, anderes Befehl. Lass mich rein. Oh. Da ist einer hergelaufen. Ja, genau da. Wiederbelebung, bitte. Danke. Rennen, renn, renn. Oh. What the fuck. Keine gute Position hier. Erstmal Munition geben. Und weiter geht's hier um die Ecke rum. Jetzt so. Oh. Ach Mist, alle tot auf der Seite. Das Einsatz hier wurde eingenommen. Ist klar. Da ist keiner. Hinter mir sind auch schon wieder welche. Da ist so einer. Ja, toll. Okay, hat aber trotzdem gereicht. Geh da rein, geh da rein, geh da rein. Oh. Das ist doch wohl so ein bisschen laggy. Man ist schon aus der Schusslinie und fällt dann um. Oh, ein Premium-Spieler. Hat mich schon dreimal gekillt jetzt, der Wichser. Ja, geil. Hätte ich mal nicht den Knopf, äh, den Finger auf E3 gehabt. Hätte ich direkt reinballern müssen. Oh, krass, ey. 500. Okay, geht ja relativ schnell. Nein, jetzt bin ich hier eingestiegen. Penis. Ja, toll. Dann laufe ich mal ein bisschen. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Waffe ich noch brauche, sonst würde ich die mal eventuell nehmen jetzt. Ich sehe nur, welche ich kriege gerade. Ich habe noch einen auf dem anderen Monitor. Ist das alles? Oh. Passt du wieder. Jetzt guckst du auf dem anderen Monitor und kommen die mir entgegengelaufen. Da ist der Medizinmann. Cool. Nein, die haben A schon eingenommen. Dann starte ich hier doch mal. Werde bestimmt sofort umfallen. Aber wir werden sehen. Dachte ich zumindest, dass wir sehen werden. Ich sehe gerade nix. Oh. Okay, A habe ich übernommen, dass sogar auch ein... Da sind welche. Die stürmen gerade das Haus. Oh. Granata. Von wo kommen die gerade? Nur noch 44 Prozent, das endet nicht gut, wenn ich jetzt hier rausgehe. Kann ich. Voll ins Haus reinrennen. Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Zwei von uns. Hier oben ist keiner. Squad spawnen bei mir. Hier da auf der Matratze. Munition. Ja doch, wenn das jetzt nicht umschwingt, dauert es ja gar nicht mehr so lange in dem Level. Und dann werde ich gleich mal ein Level mit weniger Tickets nehmen. Aber ich brauche unbedingt noch Squad... Munitionsdinger hier. Wo ist er denn? Da ist einer. Und da hinten. Keine roten Punkte auf der Map. Scheint hier ganz gut. Da hinten ist was los. Da ist gerade einer tot umgefallen. Alles klar, ich renne ja bestimmt, renne ja, renne ja, renne ja und bin dann tot. Dass diese Wanta kaputt geht, ist neu. Wollte ich nur mal erwähnen. Geht normal nicht. Ja, sauber. Okay, beide tot. Kopftreffer, Forteigungsbefehl. Und Gegner eliminiert. Okay, eigentlich normal beim Kopftreffer. Joe Black, ich komm. Bisschen Base-Rap machen. Oh, oh, oh. Wow. Krass. Aber immerhin zweimal Nachschub gekriegt. 20 brauche ich. Komm, wir nehmen mal eine andere Waffe. Saiga. Die Usas habe ich eigentlich selten benutzt. Wobei ich die jetzt gerne mal benutzen würde. Lass mich durch, du Ochse, ey. Oh, oh, keine gute Idee, keine gute Idee. Nein. War das neue Messer? Das ging ja ruckzuck. Ruckzuck. 20% hat er nur. Und ich mit der Usas voll abgekackt. Usas. Ich glaube aber, es gibt auch sogar einen Erfolg mit Schrotflintenkills. Und Pistolen ja auch. Nichts. Mal hier unten gucken. Oh, oh. Ja, was ist das denn? Bitteschön. Bitteschön. Wo soll ich denn lagen? Ah, hier, nimm mal was. Nichts. Nichts. Nichts.